Ich bin Jana. Ich bin Janik. Ich bin Dominik und ich bin verantwortlich für die gute Laune im Büro. Ich bin Steffi und bin mit Domi zusammen für die gute Laune im Büro zuständig. Ich bin Sandra. Soll ich winken? Hallo oder wie? Willst du heute zusammen sagen? Hallo. Ich bin Melandia. Ich bin Michael und äh, was will ich eigentlich? Keine Art. Ich bin Igor. Hauptberuflich bin ich der beste Deckel-Reviewste. Kann man vorher noch kurz ein bisschen überlegen? Ich bin gerade irgendwie nicht so. Ja, ich könnte. Lehrstelle. Und meine Beschreibung hat auch nur ein Wort. Ja. Spass im Büro. Ah, ***, es muss nur ein Watz, gell? Jung. Cool. Zukunft. Berufsfindung. Match. Kaffeemaschine. Lehre. Büro. Kaffeepause. Kaffeepause. Der Beste. Kreativ. Liebe. Oha. Justi. Justis. Medienproduktion. Igor. Yannick. Hallo, Dirk. Wirklich? Ja. Warte. So. Ja. Ganz viele Fragen. Traumberufe. Die passende Lehrstelle. Top. Ab und zu nervig. Cool. Dominik. King. Bewerbungsfoto. Anstrengung. Wir anfangen zusammenbrüchen. Gewusel von Schülerinnen und Schüler. Schrei. Die Kinder. Wichtig. Lehr. Kimi. Beide super. Muss passen. Natürlich die Lehr. Geschichte. Siehst du Familie.